Ja, heute mal eine sehr persönliche Frage. Ich habe ja ganz klar gesagt, ihr dürft mich alles fragen hier in den FAQs. Und Frank hat gefragt, Josua, wie kamst du überhaupt auf die Idee, den Neos zu entwickeln? Ist ja schon irgendwie strange. Die Story, ich versuche die, also ich versuche eine sehr lange Story so kurz wie möglich zu machen. 1995 sitze ich in einem Seminar bei Vera F. Birkenbiel. Die gute Frau erzählt dann, dass jeder Mensch, der in seiner Muttersprache gerade aussprechen kann, auch in jeder anderen Sprache fließend sprechen kann. So, ich als Englischversager aus der Schule war der Meinung, dass das für mich nicht zutrifft. Ich war Anfang 20, ich konnte faktisch nicht sprechen. Ich habe fast nichts verstanden in Englisch und habe gedacht, ich bin einfach zu blöd. 1997 habe ich dann das große Glück gehabt, sie persönlich kennenzulernen. Ich habe mir einen Coaching-Tag bei ihr gebucht. War für mich ein unglaublich spannendes Erlebnis. Ich hatte vorher nie Kontakt mit Coaching, mit Persönlichkeitstraining, mit Management-Training, außer eben dieses Training 1995, das mich sehr nachhaltig beeindruckt hat. Ja, und dann saß ich bei ihr und wir haben einen Tag lang uns ausgetauscht, wo ich hinkommen möchte, wo meine berufliche Reise hingehen soll. Und während dieses Gesprächs schmeißt sie dann so über den Tisch, ja, also wenn sie technisch fit sind, wenn sie sowas entwickeln könnten, dann wäre es doch cool, wenn sie was entwickeln, mit dem man passiv hören kann. Und ja, dann habe das natürlich bei mir gearbeitet. Also, wie gesagt, das ist jetzt die sehr verkürzte Version. Sie hat mir damals einen Knochenschall-Transduktor gezeigt von der Firma Siemens. Das habe ich mir dann angeguckt und ja, das Ergebnis war, ich habe dann knapp 800 Patente auswerten lassen. Ich hatte einen Kunden mit meiner damaligen Medienagentur, der Patentanwalt war. Ja, und so kam es dann, dass ich auf insgesamt drei Patente gestoßen bin, die aus meiner Sicht heraus für die Umsetzung denkbar waren. Ja, und daraus ist von 97 bis 99 dann der NEOS oder die Basistechnologie des heutigen NEOS entstanden. Das ist die kurze Geschichte. Und ja, wie ging es dann weiter? 2000 habe ich die Kosis GmbH gegründet. Wir haben dann angefangen, dieses Produkt am Markt zu positionieren. Dann kamen verschiedene Bereiche dazu, neben der Sprache Persönlichkeitstraining, also Mentaltraining, dann gesundheitliche Ansätze. Wir haben ja ein großes Netzwerk in der Zwischenzeit mit Universitäten, Schulmediziner, Heilpraktiker, Coaches, ist alles quasi dabei, die alle mit NEOS arbeiten. Ja, und so ist letzten Endes die Idee für NEOS durch den Kontakt mit Vera F. Birkenbiel und meine Recherchen zum Thema dann entstanden. Zwei Jahre habe ich gebraucht für die Basistechnologie und heute sind wir bereits in der neunten Gerätegeneration. Also wir tun kontinuierlich weiterentwickeln. Natürlich nicht nur den NEOS, auch die Mentaltraining, die Sprachkurse werden so ein bisschen begleitet, weiß das ja. Ja, also so viel zu meiner Idee, einen NEOS zu entwickeln, passiv über die Haut zu hören und damit ein Stück weit im Rahmen meiner Möglichkeiten die Welt zu verändern. Bleibt gesund, bleibt fit und bis zur nächsten FAQ-Runde. Euer Joshua. Du hast auch eine Frage an mich? Dann schreib mir einfach unter hilfe.cosis.de Und natürlich solltest du hier klicken und ein Abo dalassen, denn dann verpasst du keine der Fragen an mich mehr. Bis zum nächsten Mal.